Hast du schon gehört? Ist das das Ende von YouTuber Mois? Neuerdings disst Mois seine eigene Community. Zeigt sich beim Cannabis rauchen, bittet um Spenden und investiert diese direkt in Weed und Essen. Vor einigen Wochen war der YouTuber laut eigenen Aussagen noch dabei, die größte Firma Europas zu gründen. Doch was ist dabei die Mission von Mois? Plötzlich spricht der YouTuber auch nur noch Englisch. Scheinbar möchte er in den internationalen Markt rein und den großen Influencern aus Amerika Konkurrenz machen. Wird die Mission von Mois klappen? Schreib's in die Comments. Für mehr Rap News, mach das Plus weg und folg unserem Kanal. Wir halten dich auf dem Laufenden.